Ich finde die Existenz der Menschen sowieso grundsinnfrei. Also ich wüsste gar nicht, was das soll. Also ich kann dann eher mit so Begriffen wie vegetieren oder so ganz gut leben. Also auch wenn ich mich so durchschummele und dann irgendwie so ab und zu mir so etwas konstruiere, was mich so durchs Leben bringt, wenn ich mich wirklich daneben stelle und aufs Leben gucke, finde ich es extrem kümmerlich. Und da wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das irgendwie mit Sinn anfüllen kann. Und ich finde es aber auch okay, dass es so ist. In gewisser Weise ist es halt total absurd. Ich meine, unser Dasein. Also man weiß gar nicht so richtig, wohin es führt und trotzdem... Ich weiß nicht, das ist jetzt auch wirklich... Der Rest ist Schwein.